Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema die degenerierte Gesellschaft. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. Wir befinden uns in einer degenerierten Zeit. Vieles, was uns als Fortschritt verkauft wird, hat nichts mit einer positiven Entwicklung, sondern eher mit einem Zerfall der Gesellschaft zu tun. Eine degenerierten Gesellschaft. Ich will in diesem Video und auch in den kommenden auf diese Missentwicklung hinweisen und euch zum Denken anregen. Bevor es losgeht, etwas in eigener Sache. In den letzten 13 Wochen sind auf meinem Kanal keine Videos erschienen, weil ich mit das Coronavirus eingefangen habe. Ich hatte nicht die Kraft, dieses Video aufzunehmen und zu schneiden. Es soll jetzt aber wieder, wie gewohnt, mit Videos zum Nachdenken und kontrovers diskutieren weitergehen. Vielleicht sollte ich sogar mit diesem persönlichen Thema beginnen, um auf die Degeneration dieses Landes hinzuweisen. Hier will ich verdeutlichen, dass ich in Anführungszeichen nur einen leichten Verlauf hatte. So hat es zumindest der Arzt bezeichnet. Ich bin weder geimpft noch geboostert. Zumindest was das Covid-Virus angeht. Auch wenn der Verlauf leicht war, war es alles andere als angenehm. Ich hatte ja aber einen Blick als Betroffener auf die Degeneration der Gesellschaft, was dieses Thema angeht. Da es sich um ein medizinisches Thema handelt, lege ich dir mein Video mit dem Thema Gesundheit und Pharmazie ans Herz. Einfach oben unter dem i. Beginnen wir mal mit den angeblichen Schutzmaßnahmen. Schützen diese wirklich? Es wird allen das Tragen von Masken aufgebürdet. Abgesehen davon, dass wir ein Vermummungsgesetz in Deutschland haben, was das Maskieren untersagt, reicht ein Blick in die Nutzungshinweise von Masken, um zu erkennen, dass Masken keinen Sinn ergeben. Das hat sogar mehrere Gründe. Auf der einen Seite steht in den Nutzungshinweisen, dass die Masken sowohl FFP2- als auch OP-Masken nicht in der Lage sind, Viren und Bakterien abzuhalten. Sie bieten lediglich einen Spritz- und Spuckschutz. So steht es in den Beipackzetteln, die aber leider niemand liest. Offensichtlich auch nicht die Entscheidungsträger. Darüber hinaus steht in den Beipackzetteln, dass keine Maske länger als 20 Minuten am Stück und auf keinem Fall länger als eine Stunde am Tag getragen werden darf. Der sonst gesundheitliche Schäden, als Beispiel ist die Hypoxie angegeben, die Folge sein kann. Ohne den Hinweis auf diese spezifische Krankheit wird allgemein vor Lungen- und Atemwegserkrankungen gewarnt, wenn man das Tragen der Maske zeitlich überschreitet. Die gesellschaftliche Degeneration liegt jedoch im Anpöbeln von Mitmenschen, die aus welchen Gründen auch immer keine Maske tragen bzw. von der Pflicht befreit sind. Es gab eine Zeit, als das Anpöbeln als asoziale Charaktereigenschaft angesehen wurde. Heute scheint es normal zu sein. Wenn sowas asoziales zur Normalität wird, liegt sichtbar eine schwere Degeneration der Gesellschaft vor. Ermittlungsbeamte der Polizei beklagen, dass durch Maskenpflichten keine Täter von Straftaten mehr ermittelt werden können. Vor diesem Irrsinn haben sich ausschließlich Kriminelle maskiert, wobei das Maskieren in der Öffentlichkeit mit Ausnahme von freigegebenen Tagen wie Halloween und Karneval, in manchen Regionen auch Fasching genannt, unter Strafe steht. Auf Maskieren steht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder Geldstrafe. Dieses Gesetz wurde nicht aufgehoben. In letzter Konsequenz macht sich jeder strafbar, der Maske trägt und dadurch unkenntlich ist. Den vorgetäuschten und ausbleibenden Infektionsschutz mal außen vor gelassen. Ein weiterer sichtbarer Hinweis der Degeneration der Gesellschaft ist, dass eine strafbare Handlung als Normalität angesehen wird. Bei den Abstandsregeln, sprich, dass man einen gewissen Mindestabstand zu möglichen Infizierten einhalten soll oder als Infizierter zu gesunden, ist ein natürlicher Schutzeffekt. Das macht jeder intuitiv, wenn Krankheiten wie zum Beispiel die Grippe grassiert. Jeder Mensch hat seinen persönlichen Schutzraum, den alle achten sollten. Somit ist die Abstandsregel zwar nur ein Hinweis auf natürliche Reflexe, aber im Grunde nutzlos, weil es eh jeder so halten würde. Wie oft hört man von Freunden und Verwandten, weil man niest, die Worte, steck mich bloß nicht an. Wenn wir schon bei der Abstandsregel sind, ist der Weg zur Isolation bzw. Quarantäne nicht weit. Hier wird es grotesk. Man könnte sogar sagen, dass die Vorgaben und die Organisation so ausgelegt ist, dass sich möglichst viele Menschen an einem Infizierten anstecken sollen. Auf der einen Seite wird der Schein erweckt, dass ein Infizierter in Quarantäne geschickt wird, um gesunde Menschen, gesunde Bürger vor einer Infektion zu schützen. Wenn der Anfangsverdacht einer Infektion besteht, also wenn jemand Symptome hat, sind alle aufgefordert, sich mit einem Schnelltest testen zu lassen. Hier ist im Grunde schon der erste Fehler. Wenn schon der Verdacht aufgrund von Symptomen besteht, sollte der Test nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei möglichen Infizierten zu Hause stattfinden. So fallen in den Testzentren nur noch symptomfreie Infizierte auf, die vermutlich weniger ansteckend sind als jene, die schon Symptome zeigen. Der mögliche Infizierte wird zum Testzentrum geschickt. Auf dem Weg kommt er an andere Menschen vorbei, vielleicht auch ins Gespräch und verbreitet das Virus. Am Testzentrum angekommen steht der mögliche Infizierte in einer Schlange und wartet, dass er für den Test eintreten darf. Alles gut, wenn der Test negativ ausgeht. Bei einem positiven Testergebnis allerdings begibt sich der Infizierte direkt in Quarantäne. Zu Hause angekommen, wir gehen mal davon aus, dass der positiv Getestete auf dem Heimweg andere Passanten meidet, muss der Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die Ansteckungsgefahr ist jetzt hoch. Der PCR-Test findet entgegen aller Vernunft nicht am Ort der Quarantäne statt, sondern der positiv Getestete wird angehalten, den Ort für den PCR-Test eigenständig aufzusuchen. Auf dem Weg und in der Warteschlange können wieder zahlreiche Passanten angesteckt werden. Diese Art der Verantwortungslosigkeit ist auch ein Teil eines degenerierten Landes durch unüberlegte Fehlorganisationen. Aber es geht ja noch weiter. Um aus der Quarantäne entlassen zu werden, muss der Infizierte den Isolationsbereich verlassen und wieder auf dem Weg zum Testzentrum und in der Warteschlange, sollte er noch immer infektiös sein, viele andere Menschen gefährden oder infizieren. Bei mir war es nach zwei Wochen Quarantäne nicht erledigt. Vier Tests nach den ersten 14 Tagen Quarantäne waren positiv. Ich weiß nicht, wie viele der weit über 100 Menschen, mit denen ich in der kurzen Zeit in Kontakt kam, durch mich wegen dieser Regelung und Fehlorganisation erkrankt sind. Wer in Quarantäne ist, hat das Haus nicht zu verlassen und der Test müsste zum möglichen Infizierten kommen. Die bestehende Regelung gefährdet jeden Bürger, an dem man vorbeiläuft. Tests finde ich sinnvoll, die dürfen aber niemand anderes gefährden durch ein Missmanagement. Selbst die Fehlertoleranz bei Schnelltests ist sinnvoller als Maskenpflichten, Abstandsregeln oder worauf wir gleich kommen, die Hygieneregeln durch Hände waschen und vor allem als die Impfung. Es macht keinen Sinn, getestete, gesunde Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen, geimpfte oder genesene Personen ungetestet aufeinander loszulassen, die sich dann gegenseitig anstecken, weil sie ungetestet und gegebenenfalls infiziert sind. Es ist sinnlos, eine Regel aufzustellen, dass sich jemand die Hände waschen soll. Für die meisten dürfte das normal sein, nach dem Toilettengang oder wenn man schmutzige Hände hat. Schon dadurch ist das Wäschen der Hände eine Normalität. Dreckschweine, die das nie tun, wird man auch durch so eine Regel nicht erreichen. Was allerdings ein Problem darstellt, ist das Desinfizieren der Hände. Die meisten Desinfektionsmittel bestehen aus brennbarem Alkoholen, welche die Haut austrocknen. Da sind Hautkrankheiten vorprogrammiert. Desinfektionsmittel mit nicht brennbaren Alkoholen, welche hautfreundlicher sind, sind für die Masse aber nicht bezahlbar. Im nächsten Video geht es um die Degeneration des Arbeitsmarktes und die finanziellen Folgen für jeden Einzelnen. Kommen wir jetzt auf das Thema Impfungen zu sprechen. Es wird immer behauptet, dass die Impfung ein solidarischer Akt sei und die Ungeimpften die Infektionstreiber seien. Das kann aufgrund der Wirksamkeit der Impfung nicht stimmen. Es ist mittlerweile bekannt, dass die Impfung gegen Covid-19 nicht immunisiert, sprich nicht davor schützt, dass man sich selber anstecken kann und nicht mehr erkrankt. Man kann sich also auch als Geimpfter mit Covid-19 infizieren. Diese Impfung sorgt aber auch nicht dafür, dass ein infizierter Geimpfter das Virus nicht weitergibt. Es wird behauptet, dass die Impfung gegen einen schweren Verlauf schützt. Ich bin ungeimpft und hatte einen leichten Verlauf. Nicht die Impfung sorgt für einen milden und leichten Verlauf. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Covid-19 ist eine Lungen- und Atemwegserkrankung. Der schwere Verlauf ist nicht auf das Fehlen der Impfung zurückzuführen, sondern auf bestehende Vorerkrankungen von Lungen- und Atemwegen, auf das Rauchen, auf das Kiffen, das sollte angesichts der Legalisierung von Cannabis erwähnt werden, und insbesondere auf das Tragen von Schutzmasken, wobei FFP2-Masken das größere Risiko stellen. Nicht zuletzt auf beschädigte Immunsysteme durch vorhergegangene Grippeimpfungen. Das hatte ich am Anfang dieses Videos bereits vorgebracht. Ich bin kein genereller Impfgegner. Es gibt sogar Impfungen, die einen Sinn machen. Das ist bei Covid-19 aber nicht der Fall, weil die Impfung weder schützt noch verhindert. Ebenso halte ich die Angabe des vermeintlichen milderen Verlaufes für einen Trugschluss. Mein Video über Impfungen findest du oben unter dem i. Zum Schluss geht es noch um Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, welche einen gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Großschaden anrichten. Angefangen mit Umsatzeinbußen durch die Vorgabe, wie viele Kunden und Gäste ein Geschäftsgebäude eines Unternehmens betreten dürfen, die Beschränkung, dass nur Personen eines politisch privilegierten Status eine Dienstleistung in Anspruch nehmen dürfen, im Rahmen von 2G- und 3G-Regeln, beschränkt auf geimpfte und genesene Personen, sowie die Anordnung, dass die Zahl der Verwandten, mit denen man christliche Feiertage wie Weihnachten gemeinsam begehen darf, durch die Politik festgelegt werden, zeigt eine Degeneration der Gesellschaft ausgelöst durch die Politik. Eine Zerstörung der Grundlage, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Man könnte auch sagen, eine geplante Zerstörung unseres Landes durch seine Volksvertreter. Etwas daran ändern können eigentlich nur die Unternehmer, die diesen Unsinn derzeit mitmachen. Wenn alle Unternehmer ihre Geschäfte zumachen würden, solange sie eingeschränkt werden, anstelle diskriminierende Maßnahmen zu fördern, wären die Beschränkungen ganz schnell am Ende, da keine Steuern mehr fließen, die diesen Irrsinn finanzieren. Im Grunde sollte jeder Bürger Unternehmen boykottieren, in denen jemand diskriminiert und ausgegrenzt wird. Auch wenn diese Maßnahmen nicht mehr gelten, wer einmal Kunden und Gäste aussortiert, egal ob staatlich angeordnet oder freiwillig, hat kein Recht auf Kunden und Gäste. Eine Chance für Unternehmer, die wegen temporärer Schließung ihr Recht auf Umsätze behalten oder neu starten. Ich bin der Ansicht, dass alle Maßnahmen unverzüglich beendet werden sollten. Keine Einschränkung ist legitim. Die 2G- und 3G-Diskriminierung muss ein Ende haben. Die Degeneration der Gesellschaft führt dazu, dass weite Teile der Bürger aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Die Grundrechte müssen endlich wieder Gültigkeit haben. Für alle Impfungen und Masken dienen nicht dem Gesundheitsschutz, sondern der industriellen Lobby, um Masken und Pharmazeutika, insbesondere Impfstoffe, zu verkaufen. Deshalb auch die Brüche der Wahlversprechen in der Diskussion um die allgemeine Impfpflicht. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Politiker, sofern sie die nötige Fachkompetenz haben, können gerne Empfehlungen aussprechen, dürfen aber nicht das Recht der Bürger beschneiden. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass sich unsere Politiker in der autokratischen Macht der Maßnahmen gemütlich machen, um Dinge durchzudrücken, die im Normalfall nicht annähernd umgesetzt werden könnten. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.